No, 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 no. Da ist es. Unser Finale. Selçuk gegen Andres. Sehr, sehr, sehr spannend. Wir gehen rein. Let's go. Wir haben Muria, der Second geht, was eigentlich ja nicht gut ist, aber vielleicht ist das auch sein Plan. Weiß ich jetzt nicht. Luchi, der First geht, fängt an mit einem 6K-Swing, Leader-Effekt. Oh, Milddrecken-Muria, was natürlich nicht so gut ist. Und dass der Zweite uns offen lässt, spricht schon wieder dafür, dass die Stage kommt. Und ja, wir haben die Stage on Curve, die natürlich jetzt mehr als perfekt kommt. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. So, was haben wir von Muria? Wir haben 7K-Swing, Trashen-Sindry, Miln-2, Hogback und Brandnew, zwei gute Targets. Und entscheiden uns dafür, Pirona rauszuspielen, die natürlich jetzt auch direkt Value hat. Luchi wird dafür eine Handkarte Trashen müssen, weil er bei genau 5 Handkarten war. Und entscheidet sich für, mal gucken. Für Kalifa, okay. Und der Angriff geht dann natürlich durch. Da wird überlegt, ist das ein Trigger? Null Kost. Aha, Draught, eine Karte. Ah, nice, okay. Auch das erste Mal, dass wir die sehen. Ähm, Null Kost Event natürlich in einem Deck, was mit vielen Bricks spielt, immer gut. Und ja, Draw One ist, glaube ich, ein Trigger, der sehr wichtig sein kann. Somit die Pirona wieder ausglöschen. So, mal schauen. Luchi swingt jetzt für 5. Aktiviert natürlich den Effekt. Milt dabei Kalifa und Kaku. Gibt dann Pirona minus 1. Den Attack. Wird Moria das verteidigen? Ist sich noch nicht ganz sicher. Ja, wird er machen. Hat sich für Borsalino entschieden. Und wir sehen einen Sabo, der natürlich on curve kommt. Draw 2, Trash 2 und kann nicht key out werden für den Turn. Und entscheidet sich für Luchi zum Trashen und für... Gucken, ob es der Mepo wird. Es wird Rebecca. Zwei Karten, die du auch im Trash sehen willst. Und dann der Pass. Moria wieder dran. Und auch bei 6 Don mit der Curve. Wir haben ja bereits Sakazuki gesehen, dass er den spielt, den 6 kost. Kann er natürlich jetzt gerade nicht aktivieren, weil der Sabo sich beschützt. Wenn da irgendwas anderes liegt, dann würde es gehen. Bei Sabo und Borsalino aber nicht. Deswegen schauen wir mal, was da kommt. Wir sehen auf jeden Fall einen 6k Swing. Aber hat auch Mitglieder-Effekt. Rested 2, Trashed, Perona. Die wird er auch direkt spielen. Mild dabei Sabo und noch ein Borsalino. Perona hat auch direkt Value, weil 5 Handkarten. Jetzt muss er eine Handkarte trashen. Und es wird sein... Sabo-Blocker. Und jetzt muss er ja noch auf den Angriff reagieren. Und den countert er raus mit einem 2k Khalifa. Somit geht er von 5 runter auf 3 Handkarten. Und der nächste Swing ist ein 8k Swing. Von Perona in 2 Leader. Und den nimmt Lucci. Somit hat Lucci nur noch 3 Leben. Und 5 Handkarten jetzt durch den Job. Und Moria ist bei 5 Leben. Hat 4 Handkarten. Und 2 Buddies da liegen. Perona ist schon eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Und Moria kommt schon sehr, 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 sehr gut. So, mal schauen, was Lucci jetzt hat. Vielleicht schafft er es sogar beide Karten zu KO'n. Um Morias Feld komplett zu clearn. Mal schauen. Das Problem ist bei Moria, wenn du Second gehst, dann hast du einmal Leader Ability bei der Curve weniger, als wenn du First gehst. Bedeutet ein Turn weniger, um dir mit Hockback 8er Moria auf die Hand zu nehmen. Vorteil aber, du bist der Erste, der in 8er spielt. Bedeutet, Isho kommt on Curve oder Moria. Und Moria in 2 Boselino und 2 Brand New, was wir ja im Trash sehen, ist schon ziemlich stark. So, wir haben den 7k Swing into Perona. Minus 1 auf die andere Perona. Wir haben 5 Dons, da wird ganz sicher, oh, doch ein Kaku kommen. Kommt dann noch ein Sabo, um wieder 2 zu ziehen und 2 zu trashen. Also Recycle hat er schon mal ordentlich gut. Stage liegt ja auch schon bereits. Milt jetzt eine Fingergun oder Pistol und eine Stage. 1 Don bleibt offen und 2 Sabos plus 4 Handkarten ist der aktuelle Stand. Mal schauen, was Seljuq jetzt hier machen kann. Und ja, da haben wir Moria und Curve. Boah, perfekt. Wird Boselino spielen. Wird Brand New spielen, genau wie geahnt. Brand New Effect. Kein Hit, kein Hit. Oh, letzte Karte war nochmal ein Hit. Und Doppel-Hogback. Damit sind 3 Hogbacks im Trash. 5k Swing bringt sowieso nichts mehr. Der andere 5k Swing bringt auch nichts mehr. Also swingst du gar nicht und passt einfach nur durch. So, jetzt ist die Frage. Lucci, 5 Handkarten. Kann er bereits jetzt schon den Moria removen, was natürlich sehr, sehr, sehr strong wäre. Oder nicht. Mal schauen. Und wir sehen bereits den 5k Swing. Minus 1 auf Moria bedeutet, er wird definitiv auf den Moria gehen. Und ja, das ist der Free Block. Ah, noch nicht ganz sicher. Ah, jetzt war der Tag into Brand New. Okay. Den lässt er gehen. Dann 2 Dons für Moria. äh, 2 Dons, äh, Stage, minus 2 into Moria. Damit ist er auf 5. Und jetzt reicht er schon für 1 sogar noch, ähm, eine Tempest Kick. Ja, das ist perfekt. Perfekt, perfekt. Weil jetzt kann er der Perona nochmal minus 3 geben. Macht er aber nicht. Okay. Jetzt hätte ich gedacht, mit, äh, mit Helmeppo, Lucci, Moria, Helmeppo, Lucci hätte es ja gereicht. Oder nicht? Äh, ja, hätte es, aber hat einen anderen Plan. Ähm, damit ist der Moria jetzt auf 2. Ach, es reicht trotzdem. Ich bin lost. Das reicht natürlich trotzdem. Denn, wir sehen jetzt Lucci und Helmeppo kommen. Oder auch nicht. Rebecca, Helmeppo, okay. Und dann mit, äh, minus 3, genau. Und dann mit Spendime wird er dann beide weghauen. Was natürlich noch viel besser ist, weil du durch Rebecca ja noch einen Blocker spielst. Jetzt liegen da 3 Blocker, was, äh, sehr problematisch ist, äh, für Moria. Vor allem, wenn du, äh, noch ein Sabo spielen solltest, dann, äh, kann auch kein Blocker geschossen werden. Nur getrashed. Mal schauen. Erstmal 3 Karten für Spendime nach unten. Es scheidet sich dann Lucci zu spielen. Dann kommt Lucci. Lucci-Effekt macht 3 Random-Karten aus deinem Trash. Unter-Stack. Moria wirst du nicht mehr gebrauchen. Stage auch nicht. Und. Die Kalifa brauchst du auch nicht. Weil er schon eine hat. Das heißt, die Reihe können dann oben drauf noch weg. Und somit hat er tatsächlich alles außer Bossalino wegbekommen mit 9 Dons und hat dann komplettes Board, ähm, plus 3 Leben, Handkarten. Sieht ziemlich gut aus. Jetzt ist die Frage, ob Selchuk so einen gigantischen Turn mit seinem Turn irgendwie wieder ausgleichen kann. Wir wissen, dass, äh, Moria auch Removal hat, aber natürlich nicht Removal wie Lucci. Morias dafür ein bisschen ausgeglicheneres Deck als Lucci spielt deutlich weniger Removal. Dafür mehr Control und auch deutlich mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Karten wie Borsa, Perona, die halt deutlich Value generieren, was, ähm, das Board und die Hand angeht. Und, äh, soweit ich weiß, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Selchuk geht, ähm, spielen die meisten Moria-Spieler keinen 4-Kost-Lucci. Heißt, man kann auch nur maximal eine Karte pro Turn schießen durch Absalom, weil das seine einzige Karte ist. Oder Brook, weil das die einzigen Karten sind, die was schießen können. Ice-Sedge natürlich hilft da sehr gut bei. Wenn er die jetzt hat, kann er bestimmt hier was rausholen. Mal schauen. Zehntons hat er dafür auf jeden Fall zur Verfügung. Und er ist ja auch immer noch bei 5 Leben, ne, das darf man ja nicht vergessen, muss man ja auch noch erwähnen. Ähm, entscheidet sich aber dafür, 7 zu swingen. Das wird einfach geblockt. Und dann sehen wir den zweiten Moria. Und der Moria, bin ich mir fast schon sicher, dass da noch ein Hogback Brand New kommt. Und mit Hogback wird er sich dann den dritten Moria auch nochmal nehmen. Ja, genau das passiert auch. Hogback into Brand New. Brand New Effect. Hogback, Hina und Perona. Die Hina nimmt man sich gerne. Und durch Hogback kannst du dir jetzt den 8er Moria auf die Hand nehmen. Was ziemlich, ziemlich stark aussieht. Somit wirst du im nächsten Turn definitiv wieder einen Moria sehen. Und entscheidet sich dafür, 2 Pironas zu bottom decken. Und damit ist der Turn auch finished. Und Lucci ist wieder dran. 10 Donnen, 5 Handkarten und ein relativ ordentliches Board. So, mal schauen, was er jetzt für eine Antwort hier hat. Wir haben auf jeden Fall einen Moria im Trash von Lucci schon gesehen, den er gemildert ganz am Anfang. Einer ist im Play. Jetzt ist die Frage, hat er noch einen weiteren? Oder hat er sogar vielleicht was ganz anderes? Jetzt deckt er wirklich mehr als genug Optionen, hier Karten zu removen. Es gibt wirklich sehr viele Karten, die da helfen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, gibt es da nicht nur einen Weg gerade, sondern deutlich mehr auf der Hand. Ja, das ist ich noch nicht ganz sicher. Ich check noch mal sein Trash. Hat vielleicht eine Kombination im Kopf, die er braucht. Ja, wir sehen Tempestkick. Hat Ahad nochmal gezählt, ob es 10 sind. Aber ja, das sind 10. Zieht eine Karte. Minus 3 auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind sogar mehr als 10. Und Tempestkick zählt ja selber auch noch dazu. Also alles safe. Aber da wollten sie ja nochmal sicher gehen. Finde ich auch gut. So, wir haben Minus 3 auf Moria. Der ist jetzt auf 5. Mit Stage wäre der auf 3. Und mit Lid auf 2. Mal schauen, ob auch irgendwas in der Richtung kommt. Ja, Stage auf Moria. Damit ist er auf 3. Dann swingen wir für... Ah, noch nicht ganz sicher. Wir haben ja noch 9 Dons. Wollte gerade für 7 Swing. Heißt, es wäre kein 8er Moria hier möglich. Und bei dem Boardwild musst du den auch gar nicht unbedingt spielen. Reicht ja, wenn du irgendwie anders nur den Moria wegbekommst. Weil der Rest ist jetzt nicht wirklich so gefährlich. Das ist ein 7k Swing. Ich glaube, into Lida. Minus 1 into Moria. Damit ist er auf 2. Dann haben wir noch ein 7k Swing into Lida. Das wird geblockt mit einem 2K. Da haben wir zu. Dann haben wir noch mal 7k Swing. Ja, doch. Ne, 6k Swing. Bleibt bei 6. Into Borsalino. Da reicht ein 1K. 8k Swing into Borsalino. Der ist weg. Das ist schon ein super Turn, weil er halt jetzt einfach 2 Leben wegbekommen hat und 2 Karten auf dem Board. Das ist schon super stark. Das bedeutet, wir werden jetzt... Müssen wir mal sehen. Kaku. Rebekka. Oh, okay. Das ist natürlich insane. Wir haben direkt nochmal Rebekka into Spandime into Luchi. Aber das kostet denen halt jetzt echt viele Karten aus dem Trash. Wir haben einmal 3 CP-Karten für Spandime. Also den spielt er raus. Der legt er schon mal auf Seite. Die 3 legt er rein. Genau. Und dann ersetzt der Spandime für Luchi. Und legt dann nochmal 3 Karten aus seinem Trash unter Stack. Geht damit sogar fast wieder gleich. Sein Trash ist schon fast leer. So viele Optionen hat er dann nachher dann gar nicht mehr. Aber der Turn war schon insane. Luchi wird sich für Khalifa, Spandime und... Ist das Sabo? Ja, Sabo entscheiden. Hat auf jeden Fall noch ein paar Karten über. Entscheidet sich aber doch nochmal um. Okay. Und... Damit... Ja, damit war es der Turn. 4 Handkarten left. Super starkes Board. Ein Blocker. Ich glaube... Rebekka into Spandime into Luchi. Das ist echt eine... Mit die beste Kombo, die wir haben. Das ist echt richtig, richtig stark. Weil du für 4 Dorns einen 3 Kost rausspielst, heißt 7 Dorns raushast. Und mit dem 3 Kost nochmal einen 4 Kost rausspielst, heißt du spielst für 4 Dorns halt mit 11 Dorns quasi. Was echt richtig, richtig gut ist. Jetzt ist die Frage. Hat Muriel auch auf den Turn eine Antwort? Wir fangen an mit einem 5K-Swing into Lieder. Mal schauen, ob er da einfach countert oder ob er das sogar nimmt. Und entscheidet sich dafür, das zu nehmen. Wir wissen ja, dass ein weiterer Mori auf der Hand ist. Die Frage ist, ob er damit jetzt auch einen richtig guten Kombo-Play hinbekommt. Der vielleicht sogar das Board bearbeiten kann. Wir swingen auf jeden Fall mit 6. Ich denke mal, ja. Into Lieder ist es sogar dann... Oh, kein Mori. Okay, wir haben... Ja, wir haben Rebekka into Sabo. Schätze ich mal. Ja, es ist Rebekka into Sabo. Oder auch nicht. Hat er noch 5 Dorns? Könnte halt Helmep... Äh, nicht Helmepo. Könnte Absalom aus der Hand spielen. Minus 4 ging sehr wahrscheinlich auf... Ne, doch, macht er doch. Wollte einfach noch ein Body mehr haben. Okay. Das macht Sinn. Dann muss er noch 2 Trashen. Board is protected. Heißt, Lucci kann hier nicht auf KO gehen. Nur auf Trash. Und das geht ja, wie wir mittlerweile wissen. Kann aber dafür einen richtig aggressiven Turn spielen, weil er halt 5 Swings hat. Aber es liegen ja auch 2 Blocker, 3 Handkarten, äh, 3 Deckkarten, äh, 3 Live und auch noch einige Handkarten. Also, ist echt noch ein sehr offenes Spiel. Und ein super spannendes Finale bis jetzt. Mal schauen, was er hier machen kann. Ja, wir sehen relativ schnell Stage, die geused wird. Into Sabo. Wir sehen 6 Dorns, die gerestet werden, um den Sabo zu Trashen. Das meine ich halt. Das ist dann die beste Option, um Sabo gegen Sabo anzutreten. 2 Dorns werden unter den Lieder gelegt. Und dann kommt der, der 7k Swing. Sehr wahrscheinlich into Hockback. Mill 2. Da juckt, glaube ich, der Minus nicht mehr so krass. Ja, der ging into Hockback. Der ist auch weg. Dann kommt nochmal ein 7k Swing. In Tohina. Ist auch weg. Und dann bleiben noch ein 7k Swing. Into Lieder. Und ich glaube, dass er den, äh, sogar nehmen wird. Oder? Wird er den countern? Ja, countert den mit Absalom und Zuru. Und den 9k Swing wird er ganz normal blocken mit Rebecca. Ja, und das sieht dann schon ziemlich, ziemlich gut aus für Lucci, ne? Volles Board. Nur 6k Charakter außer Moria liegen. Der 9k hat, ähm, 2 Leben, einen Blocker, paar Handkarten. Bei Moria liegt nur ein Brand New. 3 Leben, auch ein paar Handkarten. Das sieht schon, das sieht schon nicht so gut aus für, äh, für Moria. Aber, wir wissen alle, wie schnell sich dieses Blatt wenden kann. Durch einen richtig starken Play kann sich das Blatt hier wirklich komplett wenden. Müssen wir mal schauen, ob, äh, ob das jetzt möglich ist. Schauen wir mal. Das ist immer noch am überlegen, weil das tatsächlich jetzt mit einer der Key Turns sein wird. Wenn er jetzt nicht den perfekten Turn hier trifft, dann kann es sogar sein, dass er danach ganz, ganz schnell auf 0 Leben fällt. Und wahrscheinlich keinen weiteren Turn mehr haben wird, um hier richtig zu überleben. Das werden wir jetzt sehen. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann. Okay, wir fangen an mit einem 7K-Swing into Sabo und den lässt er gehen. Okay. Und dann kommt Moria. Jetzt ist die Frage, spielt der Absalom Zuru um... Ne, macht er nicht. Geht dann doch nochmal sicher, was auch Sinn er gibt bei dem Board. Entscheidet sich für Borsalino und Sindri. Okay, das ist interessant. Will dann doch nochmal 5 Karten im Trash sehen. Wir haben Sabo, Sakazuki, Hina, Ice Age. Oh, das ist gar nicht gut. War wirklich nichts dabei, was ihm weiterhilft. Aber kann man ja nicht wissen, ne. Und da kommt auch schon der Pass. Luchi wieder dran. Und da kommt auch schon der Pass. Kann da jetzt einen richtigen Powerturn raushauen. Und bin mir auch schon ziemlich sicher, dass es kommt. So, wir fangen an mit 6K-Into-Leader-Effekt. Mild dabei, Isho und Spendam. Minus 1 auf Moria. Das heißt, der Moria wird nicht liegen bleiben. Die 6K wurden genommen. Wir haben 6K-Luchi into Leader. Das ist ein 2K. Das ist ein weiterer Swing. 7K-Into-Leader. Und auch den nimmt er jetzt. Dann haben wir 9K-Into-Leader. Den wird er sehr wahrscheinlich blocken. Ne, den nimmt er auch. Geht damit auf 0 Leben. Und ich bin mir fast schon 100% sicher, dass dieser 8er Moria von Seljuq nicht liegen bleibt. Ja, Stage auf Moria. Damit geht er auf 5. Checkt nochmal ab, ob er mit dem Trash auch richtig arbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass er das kann. Ja, und wir sehen, da kommt Moria. Ja, into Rebecca. Ja, into Helmepo. Minus 3 auf Moria. Und again, zum dritten Mal sehen wir Rebecca into Spendime into Lucci. Und ja, ich glaube, dass das Ding auf jeden Fall damit durch ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausreicht, um das nochmal zu überleben. Wenn du dreimal so einen Turn spielen kannst, das ist schon insane. Das ist schon super gespielt. Ja, da gehen die drei CP-Karten unter Stack. Da kommt der Lucci, der den Spendime ersetzen wird. Und Lucci, der drei weitere Karten auf das Deck legen muss. Scheidet sich für Brook, Ishu und Sabo. Und damit KO-t er dann noch Sindri und Moria. Zwei Karten, die überbleiben. Zwei Blocker, zwei Leben. Handkarten und kein Leben bei Moria. Ich glaube, dass wir hier ein GG sehen. Mal schauen, was Selçuk hier noch zaubern kann. Ja, super, super gespielt von André. Ist auf jeden Fall dreimal einen perfekten Turn rausgehauen. Und genau die Karten, die er brauchte, gehabt. Was natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist für ihn. Weil du einfach... Ja, diese Kombo... Es erinnert mich ein bisschen an Sakazuki mit Rebecca... Rebecca Hinaluchi. Rebecca Hinaluchi. Genau dasselbe. Nur, dass du das jetzt mit Moria, Rebecca... Spandiam Luchi machst. Was, äh... Ne, Rebecca... Moria, Rebecca, Helmeppo. Spandiam Luchi. Genau. Das, äh... Hört sich schon verrückt an, dass du so viele Karten mit 8 Dorns rausspielst. Zwei hast du ja im Late Game noch über. Kannst also noch Tempest Kick oder Zuru spielen oder was auch immer. Und damit dein Gegner auf jeden Fall richtige Probleme machen. Und genau das ist auch passiert. Dreimal den perfekten Turn gespielt. Und jetzt hat Selçuk da echt ein Problem. Das ist die Frage, ob er da nochmal einen Turn überleben kann. Was ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Ja, oder ob er jetzt nochmal versucht, das Beste rauszuholen. Mal schauen. Okay, entscheidet sich jetzt erstmal für den 6K-Swing. Das wird geblockt von Rebecca. Gar nicht erst in die Überlegung kommen, irgendwie doch das Leben zu nehmen. Wir sehen, den Rebecca Play wird sich ein 2K nehmen, weil wir auch Sabo auf der Hand kennen. Oder auch nicht. Stimmt, gar nicht. Sorry. Wir sehen Brand New. Brand New wird jetzt searchen. Absalom. Sabo. Oh, Absalom. Ist sogar ein Riff. Das ist schon ziemlich hart. Und dann sehen wir Sabo hier. Zieht nochmal zwei. Eins, zwei. Trash, zwei. Brick loswerden. Und Brick loswerden. Zwei Sakazuki. Und dann wird er passen. Es sind drei Blocker auf dem Feld. Es liegen aber zwei ohne Don Investment. 9K-Swing ist da. Ja, und du hast ja immer noch zwei Leben und einen Blocker da liegen. Also glaube nicht, dass das hier lang geht. Wir gucken mal. Wir fangen an mit einem 9K-Swing. Das wird geblockt. Nächster 9K-Swing. Auch das wird geblockt. Wir haben einen weiteren 9K-Swing. Und auch das wird geblockt. Und wir haben hier den letzten Swing. 9K. GG. Wir haben unseren Sieger. Wir haben unseren Sieger. Das Spiel ist durch. Boah, Wahnsinn. Geiles Game. GG an Andres. Richtig gut gespielt. GG an Selçuk. Liebe auf jeden Fall an beide. Lasst sehr, sehr, sehr gerne ein GG in den Chat für beide Spieler. Super Finale. Selçuk auch gestern schon mit einer super Leistung. Heute ins Finale gekommen. Ja, für ihn leider verloren. Aber trotzdem hoffen wir mal, dass er noch eine sehr, sehr, sehr gute Platzierung da mitnimmt. Und wir haben unseren Gewinner. Andres mit Lucci. Was auf jeden Fall eine super starke Leistung ist. Ich kann euch sagen, Andres ist ein richtig, richtig guter Spieler. Wie wahrscheinlich Ben jetzt auch im Englischen Stream erzählen wird. Weil er ihn auch schon länger kennt und weiß, was der drauf hat. Andres ist wirklich ein super, super Spieler. Und ja, da sehen wir auch schon die GG im Chat. Wirklich richtig, richtig gutes Finale. Und schöne Spiele heute gehabt. Und wir kommen auch zum Ende, Freunde. Kommen wir zu den abschließenden Worten von mir. Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, hier das erste Mal das Solo-Commentary zu machen. Auf Deutsch für diesen Kanal. Hat mich sehr gefreut, dass ihr aktiv am Start wart. Der Chat war heute super krass. Der Abra ist am MTV. Das nicht, das nicht. Aber hat mich ehrlich gefreut, dass ihr heute am Start wart. Chat war sehr aktiv. Sorry da nochmal für die technischen Probleme, die wir eben ganz kurz hatten. Aber die letzten beiden Runden liefen zu Glück perfekt. Da konnten wir alles in Ruhe genießen. Abra MVP. Ich küsse doch dein Herz. Ja, Jungs. Lasst Liebe in den Chat. Sehr, sehr gerne ein No Heroes in den Chat. Nochmal zum Abschied. Um mich zu verabschieden. Lasst mal gerne ein No 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 Heroes in den Chat. Wenn ich das gesehen habe, dann haue ich auch ab. Wenn ich das nicht sehe, bleibe ich so lange, bis ihr das einfach macht. Ganz einfaches Ding. Nee, Spaß. Aber hat mich wirklich gefreut. Hat sehr Spaß gemacht heute. Wir werden in Zukunft definitiv öfters solche Streams machen. Ihr werdet mich so oder so immer sehen. Deswegen freue ich mich auch weiterhin mit euch zusammen, mit der Community, auf die Streams. Und nur Liebe an euch. Liebe an No Heroes. Auch lieber an Burak. MVP. Carried mich hier durch. Auch David und Can und alle anderen. Moody. Ich liebe euch alle, Jungs. Ihr seid die Besten. Und ja, Jungs. Auch Chat. Kuss, kuss, kuss. Wir sehen uns nächstes Mal. Denkt dran, Social Media abzuchecken. Insta, YouTube, Twitter. Alles, was wir haben. Einfach No Heroes TCG abchecken. Weil wir werden natürlich auch Daily Uploads haben auf dem No Heroes Kanal. Wir haben Deckprofiles, die noch kommen werden. Ich werde auch bald wieder Locals aufnehmen. Haben wir wieder Local Gameplay. Und wir sind auch noch gar nicht so weit entfernt von Opinion 8. Vielleicht machen wir auch noch was in der Richtung. Und wir können euch auch definitiv darauf freuen, dass eine Tierliste kommen wird. Ich suche mir ein paar gute Spieler zusammen. Hab da bestimmt ein paar Namen, die ihr auch kennt. Und dann machen wir eine schöne Tierliste für Opinion 8 mit Indus Lobby-Bahn und RP-Law-Bahn. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Denn ansonsten, ja, lasst Liebe da. Genießt den Rest Sonntag. Wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder. Das war's von mir. Tschüss.